Servus, wenn ich dieses Video veröffentliche, gehe ich mal stark von aus, dass es bei euch jetzt 18 Uhr ist ungefähr und der erste dritte das Datum ist dann, denn ich zeige euch nun offiziell auch den anderen Admins, den habe ich mir alleine ausgesucht, den Ort, den Abgabeort für die Geisel, nämlich, nein, nicht diese Burg, sondern dieses kleine Grundstück hier mit den zwei Gebäuden. Und die Regel ist auf jeden Fall, dass man dieses Grundstück nicht betreten darf, es sei denn, man hat die Geisel dabei. Das heißt, man darf sich nicht in diese Häuser vercampen, auch nicht innerhalb dieser Mauern gehen ohne Geisel. Man kann natürlich die Leute noch abhalten, indem man das Grundstück von außen ein bisschen abscoutet und die nicht drauf gehen lässt. Aber das Safe House im Thread ist quasi dieses gesamte Grundstück mit seinen Zäunen oder durch die Zäunen und Mauern begrenzt. Da dürft ihr nicht drauf, es sei denn, ihr habt die Geisel im Schlepptau. Ja, wenn die Leute dann da drauf sind, das Siegerteam, haben sie es eigentlich geschafft, die müssen nur noch ihren Screenshot machen von Inspect der Geisel, also Jack Pulse. Und so erkenntlich, dass das halt wirklich dieses Grundstück ist und dann hat man den Nachweis und dann hat man auch wirklich gewonnen. Und jetzt wünsche ich uns allen viel Spaß beim Event und ich hoffe, es wird so cool, wie es wir tatsächlich geplant haben. Aber ich bin optimistisch. Viel Spaß!